Dieser Ford Transit Courier steht hier zum Verkauf. Zwei Personen haben in diesem weißen dreithürigen Wind Platz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, ABS, Zentralverriegelung, elektrische Wegfahrsperre und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 75 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 4,2 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 12.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017